Musik Musik ist einfach nur befreiend für mich. Sobald es mal über ein paar Tage nicht möglich ist, sofort merkt, bin ich total unausgeglichen, schlecht gelaunt und so weiter. Also für mich ist Musik wirklich total essentiell mittlerweile. Dass ich Dinge, die ich einfach nie in Worte fassen könnte, kann ich Ihnen ein Lied fassen. Musik Es gibt so viele gute, leckere Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren und einfach seinen kompletten Bedarf zu decken. Und ich finde gerade bei einer Radtour, wenn man auch noch viel denken muss, ist es schon sehr wichtig, dass man was Gutes isst. Musik 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 Ja, ich werde ab Herbst zum Wintersemester ökologische Landwirtschaft studieren. Musik Es ist einfach das tollste Gefühl, wenn man irgendwas vom Samen schon in der Hand hatte und dann nachher selber das dann auch noch kocht, den Rest auf den Kompost wirft und nächstes Jahr wieder in die Erde mischt und das andere dann isst. Es ist einfach unfassbar für mich, was da an Lebensgefühl drinsteckt. Nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von Unternehmen oder Einkaufen, sondern auch eben ernähren. Ich kann nur nachhaltig wirtschaften, indem ich weiß, das, was ich verbrauche, muss ich wieder in Wert stellen. Das heißt nicht eine Entsorgung, sondern eine Versorgungspolitik. Ich muss meine Produkte, meine Rohstoffe, die ich nutze in meinem Produkt, muss ich wieder in den Wert bringen, in den Kreislauf bringen, Kreislaufwirtschaft. Was wir brauchen, ist die eine Frage. Was wir tatsächlich benutzen, ist die andere Frage. Wenn es darum geht, brauche ich an sich nur meine zwei Liter Wasser pro Tag und meine Grundnahrungsmittel mit irgendeinem Energiegehalt. Alles Anderes Wohlstand. Der Vortrag von Professor Goethe war wohl interessant, aber er hat es halt auch kurz gefasst, sodass eben auch Fakten und Zahlen drin sind, die dann eben bei vielen Teilnehmern, und das ist ja eigentlich das Wichtige, auch sehr gut angekommen sind. Abfälle sind für mich wichtig, weil sie Rohstoffe sind. An sich sind es Wertstoffe am falschen Ort. Wir sind die Menschen, die Nation mit dem Spitzenverbrauch an Energie, an Rohstoffen wie Stahl, Kupfer und anderen Dingen, wie ich es Ihnen zeigen konnte. Mit dem Rohstoffverbrauch können wir nicht 40 Jahre überleben. Wenn wir den Ressourcenverbrauch nicht senken, nicht minimieren, dann fahren wir die Erde mitsamt ihrer Bevölkerung vor die Wand. Ja, das ist einfach unsere Aufgabe, das ein bisschen ernsthafter anzugehen, dieses Thema, weil wir können nicht einfach hier alles ausbeuten und nehmen, nur weil wir es jetzt gerade brauchen, und dann in zehn Jahren uns auch noch darüber aufregen, dass wir es jetzt nicht mehr haben, wo wir selber schuld sind. Vielen Dank.